Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Runde Clash Royale. Im Hintergrund, ihr seht es direkt, es geht um einen Community-Clan, den wir jetzt ins Leben rufen. Neben dem Clash of Clans Community-Clan, der jetzt vor wenigen Minuten ins Leben gerufen wurde, Video ist bereits abgeloadet, kommt jetzt auch ein Clash Royale Community-Clan dran. Ihr seht es, benahmt nach unserem Channel, bgu-youtube-community. Ihr könnt reinkommen, egal welches Level ihr angehört, wie viele Pokale ihr gehabt. Seid schnell dran, bevor die 50 Mitglieder voll sind, sodass ihr wirklich noch einen Platz bekommen wird. Ein zweiter Clan ist erstmal nicht geplant, heißt, wer zuerst kommt, mal zuerst, wird aufgenommen und hat die Chance mit uns zusammen zu clashen. Ich sehe es schon direkt, es ist gerade im Video jetzt noch einer dazugekommen, also sind noch 46 Plätze für euch frei. Nehmt euch einfach kurz die paar Minuten, geht in unseren Clan. Habt Spaß mit uns zusammen, ja. Bis später! Bis später!